Wutpilger-Streifzüge Fragmente aus Politik und Kultur Auf Radiolotte Weimar Okrutne I smutne Jest życie Die świadomość Odgadnie Tendencyjną działalność Duszy I ciała Twego I ciała I ciała Wutpilger Streifzüge 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 abfinden wollen, dass das Vorgefundene eine unveränderliche Bestimmung der Menschen ist. Tatsächlich erscheinen die menschlichen Beziehungen als etwas Naturhaftes, als eine zweite Natur, solange sie unhinterfragt praktiziert werden und eine automatische Selbstverständlichkeit erreicht haben. Doch auch wenn dem Dichter die inneren und äußeren Gegebenheiten als jenes Naturhafte, märische entgegentreten, weiß er um die Geschichtsmäßigkeit des Vorgefundenen und als er auf seinem Streifzug das engste, untere Geherz erreicht, zieht er ein historisches Ereignis heran, um das Vorgefundene zu beschreiben. Conquista La Conquista bezeichnet die jahrhundertelang andauernde Eroberung Südamerikas. Der Prozess der Kolonialisierung findet sich in Celans in Estim wieder. Die gesellschaftliche Gewalt der Zivilisation entspricht der Gewalt, die der inneren Natur der Menschen angetan wird. Ein Prozess, der unaufhaltsam scheint. Niemand entfärbt, was jetzt strömt. Doch Celans Betrachtungen scheinen nicht ganz und gar hoffnungslos zu sein. Das Salz einer Mitträne als Chance des Mitleids, der Zwischenmenschlichkeit erklimmt einen Turm voller Lockbücher. Das Salz einer hier untergetauchten Mitträne müht sich die hellen Lockbüchertürme aufwärts. In den Lockbüchern ist jeder Kurs des Schiffes aufgezeichnet, der zurückgelegte Weg in Koordinatensystemen festgehalten. Wer es wagt, die Lockbücher zu erklimmen, der erkennt, dass der heutige Zustand der Menschengesellschaft ein historisch gewordener ist. Kommunikationskurs, Verbindlichkeiten, Angewohnheiten, Rituale und Tendenzen gesellschaftlicher Entwicklung haben eine Geschichte. Ist erst einmal der Turm der Lockbücher erklommen, also die Geschichtsmäßigkeit der menschlichen Beziehungen erkannt, dann ist auch die Chance freigelegt, dass die Menschen das vorgefundene nicht als Naturgesetz hinnehmen müssen, sondern ihre Geschichte in die eigene Hand nehmen können. Bald blinkt es uns an. Von oben blinkt diese Chance wie ein Leuchtturm und kann, wenn wir die Lockbücher wirklich gelesen haben, uns eine Orientierungshilfe sein. Es ist ein Wutpilger-Streifzug, auf den man sich begibt, wenn man sich in der Postmoderne auf der Suche nach kultureller Praxis als Äußerung eines Bewusstseins der Zeit befindet. Neben der allgemeinen Beliebigkeit und Schwammigkeit und den ästhetischen Zumutungen im Alltag stößt man in der kulturellen Sphäre selten auf Manifestationen mit Wahrheitsanspruch und Erkenntnisgehalt. Wer nach den Möglichkeiten ästhetischer Praxis sucht, die nicht in der vorherrschenden Gleichgültigkeit verpufft, der begibt sich auf einen Wutpilger-Streifzug, dessen Ziel ein Unbekanntes ist. Wutpilger-Streifzüge durch märisches Draußen und Drinnen Konkista Im engsten, unteren Geherz Niemand entfärbt, was jetzt strömt Das Salz einer hier untergetauchten Mitträne müht sich die hellen Lockbüchertürme aufwärts. Bald blinkt es uns an. Ebenso wie Silanzt Rennensalz den Turm der Lockbücher erklimmt, könnte eine Radiosendung nach Zeugnissen kultureller und politischer Geschichte suchen, um eine Position auf der Höhe der Zeit entwickeln zu können. In einer Sendezeit von jeweils einer Stunde kann dies freilich nur fragmentarisch geschehen. Doch genau das macht einen Reiz aus. Das, was abbricht, will fortgesetzt werden. Wer sich auf das Fragment einlassen kann, wird sich als Konstrukteur an der Wirklichkeit versuchen müssen. GERHALO Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Philosoph Theodor W. Adorno stellt in seinem Werk Minima Moralia die Frage, wie man heute unter all den Umständen ein gutes Leben führen kann. Dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt, hat sich als häufig zitierte Antwort verbreitet. Was Adorno aber auch fragt, jedoch nicht explizit ist, wie soll man heute über das Leben, respektive die Wirklichkeit, schreiben? Minima Moralia ist eine Sammlung von Aphorismen, die den Untertitel Reflexionen aus dem beschädigten Leben trägt. Adorno scheint also der Adorno scheint also der Adorno scheint, dass die literarische Form des Aphorismen, kurz bruchstückhafter Prosa, eine sinnvolle Form der Annäherung an die Wirklichkeit ist. Über das beschädigte Leben kann man nur noch in Versatzstücken schreiben. Jedoch bezeichnet Adorno die Lehre vom richtigen Leben als traurige Wissenschaft. Traurige Wissenschaft? Knapp 70 Jahre vor Adorno äußerte sich ein anderer Philosoph in aphoristischer Form über die fröhliche Wissenschaft. Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche Untertitelung. BR 2018 Auch Nietzsche bevorzugte Aphorismen im Gegensatz zu systematischen Darstellungen, da sie seiner Methode, die er selbst als freigeistig bezeichnete, eher entsprechen würden. Auch schätzte er die Reduktion literarischer Bruchstücke, da sie das lebendige Denken in einem hohen Maß erfordern und fördern würde. Auch Nietzsche bezog sich auf eine literarische Tradition, die ihre Wurzeln in der Frühromantik hat. Das Fragment als bewusst gewählte literarische Gattung entwickelte sich im 18. Jahrhundert. In der von den Gebrüdern Schlegel herausgegebenen Zeitschrift Arte Neum wurde literarisch experimentiert und die Form des Fragments etabliert. Das Fragment sollte eine Möglichkeit darstellen, sich über die Tendenzen der Zeit zu äußern. Doch warum für eine Wirklichkeitsannäherung plötzlich eine neue Form vernöten? Und warum gerade eine Form, die sich den Regeln der formalen Logik und der systematischen Weltbeschreibung verweigert? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Erfahrungswelt der Künstler der Frühromantik hatte sich rasant gewandelt. Im Verlaufe des 18. Jahrhunderts setzt sich eine in der Renaissance beginnende Entwicklung in ganz Europa durch. Die bürgerliche Kultur und damit die Ausbildung eines individualistischen Menschenbildes, fußend auf der proklamierten Autonomie und Selbstständigkeit des Individuums. Die Betonung der menschlichen Vernunft und der Würde des Einzelnen in der Renaissance, die Rationalisierung sowie die Weiterentwicklung des Subjektivismus und des rationalistischen Weltbildes in der Aufklärung sind die Grundlagen dieser Entwicklung. Der Mensch wird aus der göttlichen Ordnung, wie sie im Mittelalter als Vorstellung vorhanden war, herausgelöst. Jedoch setzt nun ein, was Georg Lukasch einmal mit dem Begriff der transzendentalen Obdachlosigkeit umriss. Das Individuum fühlte sich in der Vereinzelung, in der Rolle des Privatproduzenten unwohl, vereinsamt und verloren. Die Suche nach Halt, nach einem transzendentalen Deutungsmuster der Welt, setzte in einem neuen Umfang ein. Neue Lebensinhalte wurden definiert. Vaterland, Nation, Staat, Kunst der Antike oder die Idee der Humanität wurden mit dem Erlösungsversprechen religiös-spirituell aufgeladen und fungierten als Ersatzreligion. Die Künstler fanden sich als Marktteilnehmer vor. Verdinglichung und Entfremdung verkündeten die Expansion der kapitalistischen Verwertungslogik. Um der entfremdeten Gestalt des Lebens, wie es Adorno bezeichnete, nachzuforschen, bediente man sich des Fragments. Stellt man sich die Kunst als Spiegel der Wirklichkeit vor, so zerbrach dieser Spiegel in einzelne Splitter. Als Reaktion auf die Entwicklung einer beschädigten Wirklichkeit. Der einzelne Splitter, das Bruchstück, ist das Fragment. Es ist eine spezifisch moderne Form der Reflexion. Das Bruchstück, ist das Fragment. langfristig Untertitelung des ZDF, 2020 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 Neben Adorno interessierte sich auch der Theoretiker Walter Benjamin für das Fragment. Am 4. August hielt Esther Leslie, Lehrbeauftragte an der Birbeck University in London, einen Vortrag im ACC in Weimar über jenen Walter Benjamin. Ich habe mich am folgenden Tag mit ihr im Weimarer Goethe-Park getroffen, um mich mit ihr über Benjamins facettenreiches Leben und Werk zu unterhalten. Ihr hört im Folgenden einen Ausschnitt dieses Interviews, in dem sie über Benjamins Interesse am Fragment und der Montage spricht. Benjamin hat sich von Anfang an oder von früher an für das Fragment interessiert. Das könnte man vielleicht sehen als Metapher der Welt. Also wenn, wie er sich gedacht hat, die Welt als Zusammenhang irgendwie falsch zusammengestellt ist, dass es Ungleichheiten gibt zwischen den Klassen, zwischen den Menschen, zwischen den Geschlechten und so weiter. Wenn das Ungleichheiten gibt, dann musste das zerschmettert werden und wieder neu aufgebaut werden. Deswegen hat er sich interessiert, auf der einen Seite für die politischen Fassungen, die das gesagt haben, also die von neu anfangen wollten. Also in der Tat von neu anfangen, nicht das nur von sich geben würden, wie die Nazis, sondern die Revolutionären, die von wieder alles aufbauen möchten. Zu der selben Zeit ist in dem Kunstdiskurs auch so ein Ansatz dazu, wie bei den Konstruktivisten, sowohl auch wie bei den Dadaisten, hatte man da angegeben, dass man wieder alles neu aufbauen muss. Und um das zu machen, muss man das Bestehende zerschmettern. Also in dem Sinne könnte man sehen, wie sich Benjamin interessiert für das Auslegen der Kultur, sowohl wie auch die Wohnungsarten, wie man das alles von Anfang wieder aufbauen muss. Und diesmal bewusst. Also deswegen ein Fragment. Man könnte das vielleicht im Zusammenhang mit Ernst Bloch erzählen, wo er seine Polemik gegen Lukács gemacht hat. Also Lukács ging immer auf die Totalität. Das muss man zusammenhalten. Man muss in der Kunst zum Beispiel, im Buch ein ganzes Welt als Totalität mit seinen Widersprüchen geben, aber die Betonung ist auf der Totalität. Bloch meinte, nein, unsere Welt ist ungleich und die Totalität, die sie hat, sei eine falsche. Und das musste man dann zeigen als falsche, als schlecht zusammengestellt, indem man die Fragmentierung, die Unebenheiten, die subjektiven und objektiven Widersprüche klar macht. Und ich glaube, danach, also nach diesem Ansatz ist Benjamin auch gegangen. Was er sich interessiert dann bei den Avantgardisten ist, wie man mit dem Fragment umgeht, wie man mit dem zersetzten Zitat umgeht. Dort zum Beispiel hat er sich interessiert für John Hartfield, der auch effektiv ein Zitierer sei. Der nimmt Sachen aus der Realität, aus der schlechten Realität, so Bilder, Goebbels Kopf, schneidet er aus der Zeitung hinaus, Bilder vom Reichstag oder was weiß ich, und er nimmt diese Fragmente der Realität und setzt sie zusammen, sodass sie was Neues sagen, sodass sie sprechen. Und für Hartfield ist das eine Wahrheit, wenn sie neu zusammengestellt werden, im Zusammenhang mit einer politischen Linie, die verstehen kann, genau wie die Macht distribuiert werde. Benjamin hat auch solche Methode benutzt zum Teil in seiner Arbeit, wobei er auch diese Zitate, diese Fragmente, diese Brückstücke der Realität für sich nimmt und die dann anders eingestellt, um die Zusammenhänge wieder neu zu machen. Das ist auch eine Art Konstruktivismus oder politischer Formalismus, wobei man versucht, die Welt aus einem neuen Sichtpunkt oder in neue Lichter vorzuzeigen. Und deswegen sind die Methoden der Avantgarde auch für Benjamin sehr wichtig. Er wollte aber nicht im avantgardistischen Ghetto bleiben, aber weil er immer so einen Drang zum Populären hat. Und deswegen hat er sich interessiert für Mickey Mouse und für Charlie Chaplin und hat mal gesagt, obwohl er die Surrealisten total interessant fand, er hat eine Kritik von denen auch, wobei er meinte, sie bräuchten etwa ein bisschen Disziplin, ein bisschen Organisation, um ihre wunderbarsten Träume in die Realität hineinzusetzen. Aber er hat sich für den nun heimlich interessiert, aber er sagt auch in seinem Aufsatz zum Kunstwerk, im Zeitraum der Technischen Reproduktion, dass dasselbe Publikum, das sich ein bisschen reaktionär vor einem surrealistischen Bild behaltet, die sich denken, na, was soll das denn sein, das ist kein richtiges Bild. So ein Publikum lacht und ist mit einbezogen in einem Film von Chaplin, wo dieselben Methoden von Montage, von Subjektivität in die Wirklichkeit hinausgebracht und so weiter, wo dieselben Methoden und dieselben Wirkungen benutzt werden. Das finden sie toll und lernen dabei. So ein Publikum lacht. So ein Publikum lacht. So ein Publikum lacht. So ein Publikum lacht. Andere, so einen Punkt. So kann man es auch trage ich in diesen Leben zurück, und so ein Autumn der Hohe seinem Ge organise. So ein Publikum lacht. So ein Publikum lacht. Untertitelung. BR 2018 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 Das Fragment sei hier also noch einmal zusammengefasst vorgestellt als eine spezifische Form der Reflexion einer Welt, in der die Menschen erst aus einer göttlichen Einheit herausgerissen wurden, um dann hineingeworfen zu werden in eine zerteilte Welt der Arbeitsteilung und Sphärentrennung. Robert Musil war einer jener jungen bürgerlichen Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts, die diese neuen Verhältnisse sehr genau beobachtet haben. In seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften beschreibt er in einem der ersten Kapitel eine Stadt, in der besonders diese Trennungen und Fragmentierungen deutlich hervortreten. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wo alles mit der Stoppuhr in der Hand eilt oder still steht. Luft und Erde bilden einen Ameisenbau, von denen Stockwerken der Verkehrsstraßen durchzogen. Luftzüge, Erdzüge, Untererdzüge, Rohrpostmenschensendungen, Kraftwagenketten rasen horizontal, Schnellaufzüge pumpen vertikal Menschenmassen von einer Verkehrsebene in die andere. Man springt an den Knotenpunkten von einem Bewegungsapparat in den anderen, wird von deren Rhythmus der zwischen zwei losdonnernden Geschwindigkeiten eine Synkope, eine Pause, eine kleine Kluft von 20 Sekunden macht, ohne Überlegung angesaugt und hineingerissen, spricht hastig in den Intervallen dieses allgemeinen Rhythmus miteinander ein paar Worte. Fragen und Antworten klinken ineinander wie Maschinenglieder, jeder Mensch hat nur ganz bestimmte Aufgaben, die Berufe sind an bestimmten Orten zusammengezogen. Man ist während der Bewegung, die Vergnügungen sind in anderen Stadtteilen zusammengezogen und wieder anderswo stehen die Türme, wo man Frau, Familie, Grammophon und Seele findet. Spannung und Abspannung, Tätigkeit und Liebe werden zeitlich genau getrennt und nach gründlicher Laboratoriumserfahrung ausgewogen. Stößt man bei irgendeiner dieser Tätigkeiten auf Schwierigkeit, so lässt man die Sache einfach stehen, denn man findet eine andere Sache oder gelegentlich einen besseren Weg oder ein anderer findet den Weg, den man verfehlt hat. Das schadet gar nichts, während durch nichts so viel von der gemeinsamen Kraft verschleudert wird, wie durch die Anmaßung, dass man berufen sei, ein bestimmtes persönliches Ziel nicht locker zu lassen. In einem von Kräften durchflossenen Gemeinwesen führt jeder Weg an ein gutes Ziel, wenn man nicht zu lange zaudert und überlegt. Die Ziele sind kurz gesteckt, aber auch das Leben ist kurz, man gewinnt ihm so ein Maximum des Erreichens ab. Und mehr braucht der Mensch nicht zu seinem Glück, denn was man erreicht, formt die Seele, während das, was man ohne Erfüllung will, sie nur verbiegt. Für das Glück kommt es sehr wenig auf das an, was man will, sondern nur darauf, dass man es erreicht. Außerdem lehrt die Zoologie, dass aus einer Summe von reduzierten Individuen sehr wohl ein geniales Ganzes bestehen kann. Im Grunde sind wir damit wieder beim Beginn der Sendung angelangt, sind die Beziehungen zwischen den Menschen hergestellt durch automatische, funktionalistische, unbewusste Handlungen. Dann tritt uns Gesellschaft als etwas Naturhaftes entgegen, was Celan als mehrisches Draußen und Drinnen empfindet, lässt Mosil gar als Objekt zoologischer Betrachtungen erscheinen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 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 Wutpilger Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Auf Radio Lotte Weimar.